Ich finde es ein bisschen witzig, dass der Bernie sich alle Videos anschauen muss, um die zu schneiden. Es tut mir auch irgendwie ein bisschen leid für ihn. Aber irgendwie finde ich es auch so witzig, dass ich jetzt einfach irgendeine Scheiße labere. Nach ihr. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen MyHitAndStreams-Blog. Caro, was machen wir jetzt? Wir fahren gerade nach Simmon mit dem Auto. Was machen wir da? Da findet unsere neue Probenfahrt statt. Und wir proben da jetzt bis Mittwoch und Mittwochabend haben wir unsere erste örtliche Generalprobe. Und dann ist das Konzert und Samstag noch ein Konzert. In Frankfurt. Genau, und wir proben jetzt unser neues Projekt und zwar Recomposed heißt das. Da spielen wir neue und alte Klassiker und freuen uns schon sehr drauf. Also bis bald! Hallo! Na ja, wir sind in Simmon angekommen. Und jetzt gucken wir mal hier, dass wir ein bisschen klar Schiff machen. Hey, schön! Was machen wir? Ähm, einkaufen. Caro bereitet schon alles vor. Jetzt laden wir die Einkäufer aus. Dann kommt die Meute. Die kommt erst um sechs. Wie viele Uhr haben wir? Ja, wir sind da vier. Ah, natürlich. Dann sind wir noch ein bisschen Zeit. Bierzeit. Bierzeit. Oh, hallo! Ah, wie geht's? Hi! Hi! Tschüss! Na, noch mal. Na, Ende. Danke schön, dass ihr hier seid. Danke. Bernie, geh mal nach hinten. Sollte ich mal einen Doppelkirn. Das ist der Karte. Haben bei... Da, 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 da. Ihr könnt entweder das mitmachen. So! Essen? Essen! Essen! Was? Das sieht sehr lecker aus. Ja. Ein großes Shoutout an Schlemmer Gillitz. Grüße gehen raus. Haha! Haha! Yeah! Ja! 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 So, heute ist... So, heute ist... ... ... ... ... ... ... ... ... Mittwoch. Wir haben heute eine öffentliche Generalprobe und es ist gerade 10.05 Uhr und wir haben eigentlich seit fünf Minuten Probe, aber wir fangen ein bisschen später an. Hallo, was machen wir jetzt? Wir schreiben jetzt die Moderation für heute. Ich habe jetzt schon herzlich willkommen. Wir freuen uns hier heute hier bei unserer öffentlichen Generalprobe begrüßen zu dürfen. Wir sind die Manhattan Strings, ein studentisches Streichorchester aus Frankfurt. Voll gut. Reicht, oder? Ja, ich würde sagen, wir sind fertig. So, wir spielen jetzt ein Konzert. Wo spielen wir das nochmal? In der Sankt Rofuskirche in Simmern. Wir würden euch und Sie jetzt ganz herzlich einladen, uns zu folgen und bei unseren Proben und beim Aufbau live mitzuerleben. Viel Spaß damit. Also, Blick in die Kirche. Felix, unser Kirchenexperte. Ja, ist schon schön. Ja, verehrte Damen, wie lief denn das Konzert? Ja, das hatten Sie alles getraut, aber... Wie lief es denn in der Bassgruppe, Frau Böhm? Die Bassgruppe lief super. Stellvertretend für alle Kontrabässe. Das war super. Dann verabschieden wir uns und wir gehen jetzt Pizza essen. After-Konzert Pizza. Alle sind glücklich. So, ein neuer Morgen. Heute ist Donnerstag. Wir haben heute noch ein Konzert in Koblenz. Yes. Um 19 Uhr in der Sittikirche. Ah, gut. Und dann fahren wir morgen früh wieder nach Frankfurt. Vor dem Konzert wollte ich noch mal euch allen viel Spaß wünschen. Ich auch. Um nochmal Levins Worte zu bemühen, Antennen ausfahren. Guckt alle immer Bernie an, er guckt nett zurück. Ich kann das... Hoffentlich. Ja, das geht auch meistens schon. Ja, und habt Spaß. Für manches ist ja das letzte Konzert leider. Das hat mir sehr viel Freude bereitet mit euch. Schön, dass ihr alle da wart. Seid immer noch da. Ja, ey, ich bin auch schon. Das Konzert ist um. Wie fühlst du dich? Erleichtert, unglücklich und durstig. Das ist doch schön. Prost! Viel Nacht. Prost! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017